Der Vietsch überhaupt, der hier lustig ist. Wo soll ich was weg machen? Im Klavierzimmer, warte mal, ich ping mal hier oben drüber, bissl nebendran, ne? Bissl auf dich zu und dann siehst von oben, siehst von oben die Batterien. Ein Loch neu schießen und jetzt könnt ihr auf die Batterien gucken. Ist weg links. Ja, ist offen. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Scheiße, ich hab nen Entschärfer dabei gehabt. Ja, ja, warte mal. Weiß nur, wie die gestorben ist. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ach komm! Scheiße, auf hier lustig ist einer und der Bandit ist rechts. Hab ich. Hopp, freck! Einer vom eigenen Truppen. Nein! Der ist da schon. Ja, mei ist schon. Hab ich. Ich hab keinen Koffer, ne? Hab ich. Ach Gott! Ach Gott! Alter Vater! Das ist mein bestes Ace. Aber den Bissl hatte ich schon rüben rund geschossen. Den hab ich auch nicht mehr viel erwischt. Ja. 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 Ja.